Ihr fühlt mit mir, lacht mich aus. Also hier hängt irgendwie so ein Typ, der zu viel Zeit hat. Was geht mit dem ab? Wie schalte ich denn jetzt diese... Geh in den Gang. Der hängt ab. Hängt aber halt ab. Oh nein, Extraräume. Okay. 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 Ich erinnere mich an den fetten Bastard Flamer. Ja, doch. Das Ding ist einfach, dass ich mich ungerne umgucke in irgendwelchen Räumen in diesem Spiel und eigentlich viel lieber es gehabt hätte, wenn es direkt daneben gewesen wäre. Aber... Was nicht, ist es nicht. Ist er denn? Da ist einer. Der kommt da rein und du schepperst die Tür zu, Alter. Scheiß, ich bin tot. Ich bin tot. Der guckt jetzt die Schränke nach. Ach, ich hab mich in die Ecke gesetzt. Ich hab mich in die Ecke gesetzt und bin auf Schleichen. Hui, ui, 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 genau, genau. Wo bist du, wo bist du? Ja, ja, beiß mich euch, beiß mich, beiß mich. Na gut, ich bin tot. Ich hab nichts gesehen. Ich hab mich nicht im Schrank versteckt, ich dumm Kopf. Ich hab mich einfach auf den Boden gelegt, Mann. Und hab gehofft, dass der Vollidiot mich nicht findet. Also gut. Das war's jetzt nicht. Du machst schnell weiter, du Typ. Alter, leck mich. Was war das denn für ein Special, wenn du nur eine Stunde Outlast sagst, go, go. Leck mich, du Assi, ey. Leider mit dir. Ich bin genauso dabei. Du solltest mich lieber unterstützen und sagen, hey, brauchst nicht mehr Outlast spielen. Ist okay. Was denn? Das macht Spaß. Wenigstens bin ich diesmal vorbereitet. Also, ich weiß jetzt, dass ich... Mach die Tür langsam zu, Wenig. Die haben doch irgendwas gesagt, von wegen, wenn du M gedrückt hättest oder so, dann machst du die leise zu. Aber du hast sie ja gerade eben so... PUSCH! Sue is Shepard. Ich weiß was, ich mach die jetzt vorher zu. Bam. Mach den an. Und versteck mich. Tschüss. Tada! Perfekte Taktik, Mann. Dieser Affe, der ist ganz schön gewiebs, ne? Ganz schön gewiebs, der Junge. Nein. Jetzt kommt der Typ. Stäusel. So was hab ich jetzt. Kommt der Typ. Betten, der guckt da rein. Alter, dann kacke ich hier hin, ey. Sieht bestimmt einen Schrank oder so, wo er nicht reinkommt. Keine Ahnung. Die Scheiße ist nur, jetzt weiß ich nicht, wo er hin ist. Ja, wo ist er jetzt hin, Alter? Eben... Eben wusste ich ja, dass keiner da ist. Ich konnte einfach durch den Raum gehen, ne? Mach mal Big Place. Willst du mich verarschen? Aber jetzt läuft da ja einer im Raum rum. Wo soll ich denn jetzt hin? Der entdeckt mich ja hundertprozentig, oder was? Ich will einfach noch ne Runde. Chill einfach noch mal ne Runde. Outsmarted. Kacke in deiner Hand und schmied. Ey, der ist schon wieder da. Ist ja gut, dass du nicht rausgegangen bist. Ich hasse dieses Spiel. Einfach laufen, Affe. Einfach laufen. Ich geh jetzt raus. Ich geh jetzt raus. Ich geh jetzt raus. Barrier und dann Flash. Ich geh jetzt raus. Ab in den nächsten Schrank. BING! Wurde gespeichert in der Zeit. Das war ein nice Backdoor. Ich weiß. Aber ich hab jetzt eigentlich mit dem Feuer gespielt. Ich dachte, die sehen das. Oder der hat keine Augen, oder was? Und wenn ich Licht anmache, dann checkt er das gar nicht, oder wie? Dann machst du ja nicht Licht an. Das hab ich einfach nur Nachtsicht. Ach, das ist Nachtsicht. Gut. Wenn ich jetzt einen Timer hätte, ne? Einen Timer? Vom Monster-Buff. Dann würde ich sagen, der befindet... Wann ist der denn jetzt... Also... Ach komm, leck mich. Scheißegal. Ich geh da gleich wieder hin. Du musst überhaupt wissen, dass du dadurch da überhaupt eine Handbuff verstecken musstest. Weil Schränke sind erstmal immer ganz gut. Ist das denn jetzt auch der richtige... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich glaube nicht, dass wenn du die Kamera ausmachst mit Licht und so, das hätte ich dann weniger entdeckt. Aber das sieht er ja glaube ich gar nicht, weil es ja in Nachtsicht ist. Muss ich hier rein? Wenn ich das hier wieder aktiviere, kommt er wieder, ne? Wo ist der nächste Schrank? Da. Vielleicht gibt es keinen Schrank, sondern du musst rennen. Nein, da ist ein Schrank. Wird er davon jetzt nicht angelockt? Ne, er ist nicht... Er kommt nicht, oder? Doch, er kommt, er kommt, er kommt. Ich wusste es. Hier war keine Mietekatze. Gut, da ist er. Gut, ähm... Aber läuft er jetzt wieder bis... Bis zum... Also bis zum anderen Raum da hinten durchs Wasser wieder durch, oder was? Ahem... Ahem... Achem... Hup! Hm. Viel Lauf. Achte mal auf die Sounds. Wenn's gruselig wird, so... Der kommt jetzt nicht hierher, oder? 20 Uhr? Darf ich ausmachen? Nein, aber jetzt... Wo ist der andere Schalter? Habe ich jetzt... War das der andere Schalter? Der andere Schalter war nur ein Knopf und der war zum Runterziehen. Aber der andere Typ in dem Video hat doch diesen Schalter zum Runterziehen gemacht und dann ging alles aus. War das also nicht der Hauptschalter, oder was? Sondern der Kasten, der da im Wasser steht, da hinten, ist also das Hauptding, ja? Also habe ich jetzt beide Schalter aktiviert? GG, oder was? Also ist das doch da hinten, der Generator, ne? Ja, ich habe mich nämlich gefragt, war das jetzt der Hauptgenerator oder war das nur ein Nebengenerator? Hm, gut. Jetzt will ich nur noch einen Moment horchen, ja? Ich will nur noch einen Moment horchen, ob der Typ da ist. Oh, ich will noch eine halbe Stunde, dann ist gut. Mann, zwischen seinem ganzen Geatme und Gehauche, Alter. Georgia Zeit Hallo Mann. Uhh! Was, 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 wo bistu, wo bistu? Ich will weg, nicht, ich will weg, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein Er hat mich, er hat mich, du F***ing Bastard. Was? Nein. Oh... WAS? Der Ty 89! Ich lauf weg, ich lauf weg, oh mein Gott, oh mein Gott... Ich lauf hier hin, oh mein Gaaad... Der Typ ist schon viel schneller als ich, oh mein Gott, wo soll ich hin, wo ist der nächste Schrank? Wo ist der Schrank? Wo ist der Schrank? Wo ist der Schrank? Wo ist der Schrank? meine batterie ist gleich leer und dann laufe ich gegen irgendeinen schrank und dann schlägt er mir wieder mit seiner keule über und dann bin ich da und dann bin ich da man wo soll ich hin wo soll ich hin oder ist das war es der läuft hier entgegen der hat einfach einfach also er hat einfach mal flash benutzt und das war auf die andere seite geflasht das ist ja mal der hammer der ist ja richtig gut der junge das richtig gut ist richtig gut fuck off wo soll ich bin fast auf wo ist der nächste schrank wo das nächste schrank oh mein gott ließ auf ihn ist ihr anschauen wechs hashtag um Mushko jegogen sagen dass ich mache hinterher weg können wir wie momenten über so nehmen was mit wenn weg ich bin weg ich bin Ich bin raus, ich bin raus, ich bin raus. Tschüss, ich versteck mich hier drin. Geh in den Raum, mach die Tür zu und geh in den Schang. Hab ich doch, 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 hab ich doch. Junge, 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 Junge.